Es ist nur eine kurze Sequenz in einem Video auf Instagram, doch sie lässt tief blicken, was das Verhältnis angeht von Deutschlands Schlagerköniginnen Beatrice Egli und Helene Fischer. Es scheint, als habe Beatrice ihre einstige Freundin Helene Fies verraten. Hinter der Schweizerin liegt das erfolgreichste Jahr ihrer bisherigen Karriere. Eine ausverkaufte Tournee, eine eigene TV-Show in der Primetime, und ihr Album Balance kletterte auf Platz 1 der Charts. Bei Florian Silbereisens Schlager-Champions wurde Beatrice für den Radio-Hit des Jahres ausgezeichnet. Zum Dank postete sie ein Video mit ihrem neuen Team, das ihr zu diesem Höhenflug verholfen hat. Dort zu sehen, ihr aktueller Manager Lars Kegel, Stylist Metz, Make-up-Artistin Anne, TV-Promoterin Elke Krüger und Annelia Janeva. Bei wem nicht sofort der Groschen fällt? Annelia ist die Ex-Freundin von Thomas Seitel, dem aktuellen Ehemann von Helene. Seit 2009 führten die beiden eine Beziehung, waren sogar verlobt. 2018 dann der Bruch. Der Luftakrobat verließ Annelia für Helene. Helene wiederum trennte sich von ihrem damaligen Freund Florian Silbereisen. Und nun macht Annelia Janeva ausgerechnet mit Beatrice Egli gemeinsame Sache. Die gebürtige Bulgarin ist tätig als Fotografin, Choreografin, Make-up-Artistin und Stylistin. Zahlreiche Schlager und Showstars lieben die Arbeit mit ihr. Offensichtlich zählt nun auch Beatrice zu Annelias Fan. Beatrice und sie galten in der Branche stets als gute Freundinnen. Häufig standen sie zusammen auf der Bühne. Zuletzt sangen sie sogar ein Duett in Helenes Weihnachtsshow. Nun verschwestert sich Beatrice ausgerechnet mit Helenes alter Rivalin an. Und nicht nur diese Wankelmütigkeit dürfte der Schlagerqueen übel aufstoßen, auch Beatrices Dauer Turtelei mit Helenes Ex-Florian in jeder seiner Shows wird vermutlich einen faden Beigeschmack hinterlassen. Verhält sich so eine enge Vertraute, fällt man einer Freundin derart in Aber wenn es so um die Verbrechung war, Also, ich finde es auch einmal ein Geist, es war natürlich auch ein Geist,